Das ist der fünfer wahrscheinlich Sven. Ich habe einfach alles durchbestätigt. Die habe ich erst gar nicht ausgesucht. Das war xxxx fertig. Das ist bestimmt wegen der fünfer. Ich war fertig. Ich hatte lange genug Zeit zum raussuchen. Ich konnte lange genug draufdrücken und warten und gucken und auf bereit drücken. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Hallo. 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 Guten Tag. Dunkel, hast du eigentlich mal geguckt wegen dem Teil? Wegen dem Glockenstab? Wegen dem Glockenstab? Ja. Nö. Du hast doch gar keine Haare. Ach so. Nicke guckte nach. Die wollte doch die scheiß iPhone Kopfhörer haben. Zum Geburtstag. Ja, aber zu Weihnachten. Zu Weihnachten werden wir schenken und Weihnachten nicht. Nein, nein, nein. Wie viel soll ich denn noch arbeiten gehen? Ruder wollte da haben wir neu in den Zöl, weißt du? Ja, auch noch. Ruder? Nein. Ne, ich dachte, deswegen hattest du gefragt, wegen dem Ding. Nein. Ich hatte den zum Geburtstag schon auf dem Plan. Und dann kam sie, sie braucht Kopfhörer. Und sie würde gerne die von iPhone haben wollen. Ja, eins geht noch mal. Ja, alles gut. Alles gut. Ne, ich dachte, hättest du da... Ne, aber jetzt hat, da guckt sie jetzt, weil ihr Fön ist nämlich gestern kaputt gegangen. Und jetzt guckt sie da. Ja, wie gesagt, der Mutter hatte das irgendwie halbwegs mitgeschickt. Da hat sie mich gefragt irgendwie. Ich sag, ja, hier hab ich geholt. Jevi hast du geholt. Ich sag, ja, hier hab ich geholt. Da und da und für knapp 100 Euro weniger. Mhm. Und dann war der irgendwo anders bei Expert und da haben sie das Angebot nämlich nicht gehabt. Mhm. Ne? Ja, ja, das ist ja. Ne? Hatten sie dann halt nur in Karm. Ne? Ich sag, ich muss nach Karm fahren. Hm. Ja, 100 Euro weniger ist schon was, ne? Ja, ja. Ja, für 80, 85 Euro weniger. Irgendwie sowas. An die 100 Euro wenig. Ach, warum springst du denn da oben raus, du Penner? Ja, normal kostet das Ding irgendwie zwischen 550 und 580 Euro. Ja, es kommt auch für Farbe drauf. Genau. Ja, und, ähm, und dann auch das Ding für lange oder kürzere Haare gedacht. Mhm. Macht auch nochmal einen Preisunterschied. Und das Teil war jetzt passend für lange Haare. Ja. Ja. Von demnach knapp 100 Euro billiger, ne? Kann man nochmal machen. Nein, Minister Kasi. Hallo. Warum schmiert der mir da ab? Ich bin ja der Mauspiffchen. Wenn er, wenn er da aus der Spirale kommst, äh, den rüberspringen muss. Der schmiert mir immer ab. Ja, 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 ja. Das wird's sein. Ich darf nicht lenken. Beim Springen darf man nicht lenken. Und beim Runterfahren darf man nicht Kusenköpfe machen. Runterfahren darf man nicht Kusenköpfe machen. Ne, aber sie, sie guckt grad danach wohl. Achso. Alles gut. Ja, aber die sind alle so 540. Ähm, das ist der Preis eigentlich. Ja. Sei denn, du möchtest ne andere Farbe, dann nehmen sie schon 30 Euro mehr. Richtig. Richtig. Die Farbe, die ja die, wo sie Bock drauf gehabt hätte, die war eh... Oh, scheiße. Scheiße, ich hab gedacht, ich krieg dich noch. Ja, ja. Die hast du, die hast du vorgekriegt, nicht mal bei deinem selber auf der Seite. Ne? Das war jetzt... Scheiße, die Zeit läuft. Tschuldigung. Alles gut. Und ich... Ne, jetzt bin ich... Das sollten sie jetzt selbst, wenn sie einen braucht. Hab ich ihr gesagt, sollten sie sich kaufen. Ich war mit meiner... Mit meiner Front schon in der Weg drin, ne? Na, du warst schon ganz schön eng dran. Na ja. Nadine sagte, ihr ist die Farbe eigentlich egal. Mhm. Weil, ob das Ding jetzt rot, blau, lila ist, äh... Ich hab nämlich in der ersten Runde überschlagen bei der Landung. Ach, das war... Wann hab ich jetzt gerade richtig gehört? Diese iPhone... Die muss ja noch funktionieren, oh. Die kosten 450. Nee. Es geht immer Lockenstopp. Nein, nein, nein. Föhn. Föhn lockt sich da ab. Wette Eisen. Kannst da. Das sind so'n Föhn mit Wechselaufsetzen. Käsele auf der Klausel. Klausel. So... Klausel. Nowak. 2018. Was ist das creature?